Wir haben versucht ein Dorf zu finden, aber haben wir leider nicht gefunden. Und das war schon das alles, was wir getan haben, in den letzten 10 Minuten, die wir fälschlicherweise nicht aufgenommen haben. Leider. Gefunden haben wir sonst eigentlich nicht so viel, außer 1, 2 Eisen und sonst eigentlich nichts. Ja, dann lassen wir mal weitermachen. Und ich habe Tiere gekloppt, damit ich ein bisschen Essen kriege. Damit wir ein bisschen Essen haben und ernähren können. Alles klar, mach ich auch gleich. Ja, es ist scheiße, ich habe gerade... Ach, Mann. Kack. Ja, aber es ist gerade Nacht. Okay, ich mache es trotzdem. Mach ich gleich. Ein Bett. Zweiter Bett. Und ich bin mit dem Default. 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 Texture Pack. Und ja, war ich einfach zu faul, jetzt eins zu installieren. Ähm, möchtest du neben mir schlafen? Direkt neben mir? Ja. Oder willst du bei meinem Fußende schlafen? Bei meinem Fußende ist besser, oder? Spaß neben mir. Los, dann lass uns hinlegen. Ja, wir können only sleep at night. Nice. Alles klar. Schön, dann muss ich auch ganz schnell hier nochmal schnell was rausnehmen zum Abbauen. Alles klar. Frage, wollen wir ja auf einer Erhöhung oder im Berg drin oder so? Auf einem Berg? Relativ weit oben, ja. So, wenn wir eine Festung bauen oder so, ja. Das wäre schon geil so. Dann mach ich mich gleich auf den Weg und such mal was Schönes. Ich hab mal eine Schaufel schnell. Aus Cobblestone. Kann ich jetzt mal eine kleine Ebene schaffen. Was? Gold, Diamanten. Ohne Scheiß. Sehr egal. Richtig gut. Wie viele? Drei. Ne, nice. Wir brauchen noch einen. Vier. Zwei Diamantschwerter. Ich bin zu dumm, um eine Schaufel zu machen. Es ist jetzt zehnmal passiert, dass ich... Och, ich würde es gar nicht sagen. Lach mich halt aus. Äh, wie weit vom Spawn weg ungefähr? Was klar ist das? Wie hoch? Weil ich seh grad nur einen, der relativ hoch ist. Da kann man auch gut was draus machen, glaube ich. Wenn wir oben ein paar Bäume weg sensen. Ja, kommt's nochmal gleich. Klar. So. Ich guck mal von hier oben. Vielleicht sehe ich hier oben noch was besseres. Hier oben ist genug Fläche, um was Schönes aufzubauen. Oh, ich fang mal an, hier oben erstmal ein bisschen was gerade zu machen. Mit Borgmauern können wir ja machen oder so. Jetzt hab ich keine Axt mitgenommen. Och, Mann. Hier oben sind wir aber genug, um alles zu überblicken, was ankommt. Weil man aus der Aussicht dann betroffen ist. Das wäre schon... Ist das hier oben? Ist das hier oben? Ne, warte, ich hole dich. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich... Von den... In Richtung... Links um dem... Da, wo wir gebaut haben? Ich lasse die nicht, ich komme einfach zu dir. Ich lande auf dem Schaf. Hat nix geholfen. Das ist mein Name, ich kann jetzt gerade direkt mitgeben. So, ich bin jetzt... Wo bist du jetzt? Warte, komm mal mit hier. Spring. Ich hab mir gedacht, vielleicht hier oben... Warte. Kommst du an der? Hey. Hier, okay, hier ganz oben drauf. Da haben wir genug, genug Fläche drauf oben. Ö, oben genug Fläche drauf oben. Ich bin halt sehr gut. Da hab ich schon angefangen, so ein bisschen Erde zu tragen. Mach ich dann gleich nicht erst, weil das weggebrochen wird. Den kann man ja auch... Den kann man ja auch ein bisschen Terraforming betreiben, so wie wir den dann am Ende kamen wollen. Nie wieder irgendwann, alles klar. Ach, das war zwölf, ja. Alter. So, wir haben noch um die zwei Minuten, dann haben wir ungefähr eine Folge erst mal voll. Wir hatten ja vorhin schon mal eine Folge voll, aber fehlen uns ja ein paar Minuten. So, dann hol ich mir das rechtliche Zeug. Ja, ich hoffe es mal so. Das machst du jetzt gerade, das brauchst du, oder das machst du? Alles klar, und? So, ich hab den Rest geholt hier. Jo. Und betten. Sehr gut. So, ich bin gleich wieder da. Also gleich bei dir. Ja. Ah, ich seh's. Hier können wir den Eingang machen, die Borgmauer, die Borgz. Na hier, wo jetzt gerade der Baum sich zerlegt. Das wird total gut. Können wir dann hier so... Jetzt so. Oder Bäume können wir dann extra nochmal pflanzen, so dass es dann so... Dass dann hier so eine Treppe nach oben geht, an den Seiten dann so gut gepflegte Bäume stehen, so übisgell. Ich hab da auch schon was im Kopf, so ein bisschen. Tschüss. Und dabei ist wieder der Creeper. Soll ich vielleicht schon mal eins höher bauen, oder hast du nicht so viele Sterne? Okay, dann mach ich die Schmache, die restlich hier drin sind. Okay, ist ja nicht mehr viel. Ja, neun Stück. Macht man die so? Ja. Ich tue es rein. Ich hab dein Schicken, ich dachte, das wäre unseres. Du und Anspruch. Ne. Aber wie wollen wir das jetzt hier weiter bauen? Okay. Ich brauch mir hier so den Weg nach oben. Hier brauch ich schon dann so oben. So nach oben. Erstmal, ich brauch Dreck. Ich brauch Dreck. Dirt. Ach so, dann haben wir kein Platz. Ach, das wäre die Bäume, aber ich dann später. Ich hab da schon was im Sinn. Ich glaub nicht, dass du das meinst, dass ich grad meine. Mit gepflegten Bäumen. Ah, mir fehlt das Bissen. Zack, zack, zack. Sind auch wieder auf dem Server, oder? Ich kann ja gucken. Ne, jetzt sind nicht. Warum ist die auch gleich ein 20er Server? Die haben die genau Hobbys. Vielleicht hat der einen Root-Server jemanden, oder? Ich glaub auch nicht. Hab die auch für 20 Euro eingekauft, so viel Spiel dann niemals drauf mit. Darum ja. Ich würde das ja schon gerne mit so, entweder mit so Stein, mit so Ziegelsteintreppen machen, oder mit so Slaps, weißt du? Das ist zu cool, das ist ja zu wenig, kein Platz. Mach das jetzt schon mal, fang schon mal an mit Treppen ab, wo wir eigentlich jetzt Haus bauen sollten. Ja, hab ich schon hier gemacht. Dass das dann hier so hoch geht, weißt du? So, kannst du schon mal einen Anbelangung. Ja, aber das sieht halt irgendwie passhafter aus. Was hast du sonst gedacht, für Treppen? Aber das kann man sich auch machen. Das kann man sich auch machen, keine Ahnung. Soll ich vielleicht mal ein bisschen mailen gehen? Aber ne, lass mal beschlafen. Ja, soll ich das machen? Alles klar, dann mach ich das mal. Weil wir brauchen bestimmt noch ein bisschen Kohle und sowas dann später. Wie, ganz runter, dann vier Hochmeisters jetzt. Achso, okay. Alles klar, bis gleich. Achso, hast du eine Eisenschmerzsacke? Falls ich die erst finde. Wo bist du? Ohne Wix. Du bist auch grad zum Wurf. Bei unserer Borg oben irgendwo. Achso. Wusste ich das wissen? Wusste ich doch nicht. Ne. Wie weit ist unsere Burgenmauer fortgeschritten? Ah, da ist keine Steine mehr. Hier fehlen Steine. Ich dachte, das liegt eher an der Kohle oder so, dass es hapert. Okay, Steine. Soll ich ja so... Okay, nicht. Hä? Ach, hier ist es noch. Gut, dann bring ich gleich Steine mit und Restlich. Das ist leider muss ich mir immer mal mit dem Spitzhaken vorbeibringen. So. Ach, hier ist der Gang hier. Alles klar. Wir haben Kies gefunden. Das ist gut, das kann man dann für die Wege benutzen. Die wird hast du gegraben, wo du dann die hast gefunden hast. Gleich so reinstecken und dann hast du... Hm. Sehr gut. Warte, ich komme sofort wieder, warte. Nee, warte, ich muss ganz kurz was im Internet gucken. Hm. Naja, wie oft... Penis. Hm? Guckst du nicht manchmal wie oft Penis? Nicht, nicht. Schade, schade, schlecht, schlecht. Das erklärt doch, warum ich auch keine Sons habe. Ich bin mir jetzt genauso. Okay. Jetzt ist ja auch noch Kack Zeug hier. Ja, Digga. Redstone. Aber ich mache das... Aber ich mache jetzt mal... Ich mache jetzt anders. Ich mache jetzt anders. Ich mache so einen 2-hoeren Gang. Oder soll ich den 4-hoch-weiter-führen? Was meinst du? Okay, mache ich 4-hoch. Nee, ich mache 4-hoch. Du sagst, ah, ich habe 1-5. Das brauche ich nicht ab. Ich brauche jetzt noch den Rest ab. Äh... Das. Das. Ein paar Fackeln machen. Oh, eine Hülle gefunden. Diamanten! Yo, Digga. Damit ich aber erstmal hinkomme. Hier ist überall... Lava. Ist überall Lava. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Ring. Zwei. Zwei Diamanten. Zwei. Vier. Vier Diamanten, Digga. Fünf! Die Hülle sieht richtig gut aus, ja. Diamanten! Ich schwöre, direkt hier... Direkt zwei Meter neben die Diamanten. Oh, meine Decke hängen nochmal Diamanten. Alter, ich habe jetzt Angst, hier in die Lava reinzufallen. Alle Diamanten weg. Sechs Diamanten haben wir jetzt. Geil. Ich glaube, ich bringe das erstmal hoch. Ich habe Schiss, das jetzt nicht zu verlieren. Und baue hier noch so ein paar... Setz noch ein Ding ab. Hier ist auch ganz viel... Ähm... Ähm... Was ist das? Kohle. Kohle haben jetzt auch ein bisschen was. Passt, Digga. Passt. Ja, ich habe auch hier noch oben die... Das Eisen ab und dann. Ich komme auch gerade hoch, glaube ich. So, ich lege sie hier rein. Ja, jetzt ist schon alles. Ich habe genug Bespitzern noch. Digga, voll gut. Ich gucke gleich in der Höhle weiter. So. Ich gucke in der Höhle weiter. Das sah nicht ganz gut aus. Steht ganz ab. Ich will Zombies. Mit den Dias, die wir bis jetzt gefunden haben, Alter. Die Höhle ist so übelst hart geil. Ich brauche mir einfach jetzt ein Stück in die Höhle rein. So am Rand lang, weißt du. Digga! Digga, ja! Ich grab mich einfach geradeaus weiter durch und gleich die. Ich sehe einen Diamanten. Zwei, Alter. Ich sehe noch einen über mir. Also direkt. Drei. Vier. Die sind alle zusammenhängend. Fünf. Sechs. Alter. Ey, ich kann schon wieder... Oh. Alter. Die Höhle muss man es merken, Alter. Ohne Scheiß. Ich habe mich einfach gerade durchgegraben, Alter. Ohne Scheiß. Oh Mann. Digga. Oh mein Gott. Ich muss... Ich muss aufnehmen, mein Freund. Ah, Digga. Na, gleich nächste Folge nehme ich mal auf. Mal schauen. Kommst du dann wieder her? Nein, ich brauche sie lange noch ein paar Steine ab. Ich habe mich auf der Seite reingegraben und mache jetzt hier so einen kleinen Raum, um da ein bisschen abzubauen. Ich mache einen kleinen Raum, um da abzubauen. Und ja, dazu müssen wir jetzt auch langsam mal die Folge wieder beenden, weil es sind wieder 17 Minuten rundherum. Alles klar, machen wir so. Es läuft auf jeden Fall. Wir einfach mal auf, keine Ahnung, zehn Blöcke, also zehnmal zehn Blöcke einfach mal, wie viele Diamanten haben rausgekriegt. Alter, ihr wisst hart. Alle auf der gleichen Ebene und fast, also davon zwei, also, wo gleich mal, wie viele Sechse mit einmal waren oder so. Ach, ihr wisst gut. Wenn ihr aber erstmal rausgeht, dass ihr zu viele Diamanten von da haben, ich glaube, das wollen die dann auch sich snacken. So, ja, wir müssen erstmal hoch genug bauen, hier noch mal die Diamanten. Was zu essen wollte ich haben. Aber ist jetzt erstmal egal und damit verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ja. Ich habe das, was mir hier auch am Anfang ist. Warte, Alter, Alter. Ja. Ja, das ist halt. Ich mach das Ding. Ach, mit dem, was ich hab. Ich hab ja nicht gefunden. Auch das in die Dr. Blüht. Ja, mach ich nicht. Ich mach' noch ein Stück. Und welche, wo finde ich so, was ich mir höre? ich bin auch neun alles klar ich habe es dann gefunden ich habe mich um die burke und wenn ich ein paar ja ich brauche ich habe ich glaube ich nehme die mann von der 12345 ich bin ja und er ist er hat sich an der schreien das ist es ist okay so ich bin die form also also oder ich habe mich nach unseres du und anspruch ich habe ja so die darum dass ich auch dreck wird das ich würde das schon gerne mit so stein wenn sie gesteigen treppen machen oder mit das ist so cool ist es weniger platz eigentlich das hausbahn sollten ja schon jemand das ist hoch geht was soll das schon an ja das ist das was ich auch das wollte ich auch gar nicht so ein bisschen meinen gehen aber nicht ja ich habe ich noch ein paar kohle die ganze alles gleich so dass du eine eisen unterwegs ist auch gerade so ich weiß die steine mal so gut dann bin ich gleich das ist gut das ich habe dann die ja naja wie oft schlecht das ist ja noch kackzeug hier aber ich mache jetzt mal anders dass das 22 24 ja ich bin auch um die ja es ist alles gut so ich glaube ich habe mich einfach aus weiter durch und gleich die einen diamanten zwei 34 56 alter die wir uns merken und ich hab mich einfach durchgekommen oh mein gott ich muss ich aufnehmen und ja dazu müssen wir jetzt auch mal das läuft auf zehn blöcke also die man auskriegt hat eine ebene und fast davon zwei also gleich mal ich sechs mal waren so viel ist gut wenn ihr bei uns die folge und die folge haben wir nicht gefunden und das war schon das alles in den letzten 10 minuten die wir gefunden haben wir sonst nicht so viel außer 12 eisen und nichts und ich hab Tiere geklopft und ich muss es essen haben und ernähren können alles lange auch gleich ja das scheiße und ich mit dem alles klar ich mache mich gleich auf den weg und sucht mal was schönes ich bin so dumm dass man jetzt einmal passiert dass ich auch wie hoch ist da kann man auch gut dass man glaube ich so ich habe es genug fläche muss ich auch so einfach mal etwas kalt in richtung links ich habe gedacht hier oben ich war ein bisschen das wird ja so so Ja, ich hoff´s mal also. Das machst du jetzt gerade, das brauchst du. Alles klar, und? So, ich hab den Rest geholt hier. Jo, und Wetten. Sehr gut. So, der geht ja da, oder direkt bei dir. Ja. Ah, es ist ... Hier könnte ich einen einfach mal ein Bock. Aber hier würde ich gerade warum nicht zerlegt. Das ist sehr gut. Kann man dann nicht so. Oder kann man dann mal Pflanz das ist? Oder kann man dann mal Pflanz das ist? Oder kann man dann mal Pflanz das ist? Ich hab da schon was im Kopf im Kopf. Tschüss. Warum singen? Ich glaub, sie werden weglaufen. Sie werden weglaufen. Sie werden weglaufen. Okay, oh fuck. Der verletzt sich zu weit entfernen, das ist hin, das ist wieder. Ja. Ich brauche ja gerade immer was ab. In der Hütte oder so. Ich sehe hier niemanden. Ja, hast du auch gerade mal. Ja, der kann Fleck auf dem Hüttchen und dachte erst mal so geil, ich sehe so. Ja, ich sehe hier niemanden. Vielleicht in einer anderen Mannschaft, anders mal. Ich bin lieber dir, ich weiß wie es ist. Was hier lang? Ja, auch nicht, doch. Hier tut mir so. Hier unten, da kann ich mich schütteln. Nur unten halt. Wenn man da was macht. Du hast mich auf der Hüttchen und Feindel. Wenn man das nicht auf der Hüttchenを倒閉enken will, dann kann ich mich jetzt auf der Hüttchen geben. Dann sollte man das nicht auf der Hüttchen geben lassen. Ich weiß, dass man das nicht auf der Hüttchen ist. Ich darf es nur auf der Hüttchen geben lassen. Ich kann es nicht auf der Hüttchen. Dann kann ich es nicht auf der Hüttchen bleiben. Man soll es nicht anpassen. Nein, das ist einfach verletzt, Sie nutzen zu helfen. warum angst dass wir gerade erst und ich weiß ich was haus ist ich bin da wo das okay